so heute machen wir ein video für den david butsch sitzt nach wo das licht und ist eine lederleine locker und wir ziehen sitzt richtig zuck drauf sitzt man sieht es am hals rund ich bin abziehen das ganze versuchen wir jetzt mal bestehen steht 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 nein zug zug auf dem holzband richtig steh zurück 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 steh steh bleibt so ein bisschen besser steh die muskel spannen sich an das ist ein bisschen nach unten das sieht man so nicht ein bisschen nach unten steht wenn ich jetzt auflöse dann entspannt super das ganze eben auch noch platz 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 ja so sieht es aus jetzt 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 Vielen Dank.